Musik 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 nach links verschieben weil sonst wird das von deinem Bild verdeckt. Oh. Ähm. Ja. Leider. Das hast du jetzt absichtlich gesagt, oder? Ja ohne. Fenstermodus. Ja. Ja ohne. Alt-Enter-Eigen. Skype. Ich helfe auf Skype. Ja das Ding ist, da muss ich das schließen. Ach verdammt. Ja genau. Ja schließ einfach mal. Ja dann ist es ja weg. Dann wird die mir ja nicht vorgeschlagen zu machen. Läuft die im Split View? Ja. So jetzt Skype einfach auf die rechte Seite unsnappen. Ja. Weil jetzt auch das Project My Screen irgendwie auf die andere Seite unsnappen kann. Ist ja nicht da. Ist ja nicht da. Ist ja das Ringel. Hoffentlich. Nein es geht nicht. Nein es geht nicht. Ach komm ey. Es muss jetzt so gehen. Da kann man sein Bild nicht sehen. Aber man kann zumindest Project My Screen sehen. Ich bin halt einer von 70 Gramm Menge einer Portion. Laut Aufdruck 30 Gramm. Ich muss so lachen. Lass mir glatt zwei, drei Portion aus dem Mund rein. Das stimmt. Das ist wahr. True Story. Gerade deswegen fühle ich los, dass ich meine Eltern einen Jungen gewünscht haben. Sveniamin 17. Erdbeben bei Nils. Ja. Oh Gott. Das ist so ein geiler Opa-Sessel. Weißt du? Ja. Hier. Kannst du vor und zurück verlegen? Ach du hast einen Motorisierten? Ja. Er ist motorisiert. Hier ist die Fabrik. Kabel. Ganz genau. So. Dass ich alles synchronisieren kann. Dass ich die gleiche App benutzen kann. Das alles. Achso. Ich dachte du willst jetzt den Desktop mit zum Laufen machen. Genau. Spanierblut. Du könntest hier. Du kannst das machen lassen. Das müsste der Showtitel werden. Um Desktop zu laufen. Naja. Aber er hätte bestimmt einen super Trainingseffekt. Ja. Dreimal um den eigenen Desktop mit zu laufen. Man muss ja erstmal langsam anfangen. Ja nein. Dass du den mitschläfst. Dass du den trägst. Ah ja. Das stimmt. Das ist sogar zum Bodybuilding. Das ist auch nice. Nur blöd wenn er dir mal aus der Hand fällt. Naja.